Wenn ihr FIFA 19 oder andere Games4 bestellen wollt oder auch neue Hardware für die neue Saison kaufen wollt, geht über Schuh.de zu Otto und holt euch Cashback für jeden Einkauf. Für Neukunden bei Schuh.de gibt es einen 10 Euro Bonus auf den ersten Einkauf. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo und jetzt willkommen zu einem neuen FIFA 19 Video. In diesem Video möchte ich euch einige generelle Tipps zur Erstellung von Starter-Teams geben, sowie einige dieser Beispiel-Teams dann auch vorstellen und erklären, warum diese Teams sich besonders gut für den Anfang in FIFA Ultimate Team eignen. Ein absolutes Must-Have zur Erstellung guter Starter-Teams ist meiner Meinung nach eine Squad-Creator-Seite. Hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich habe mich beispielsweise für Footed.com entschieden. Es gibt mit Footbin und Footwiz aber noch weitere Alternativen, die dieselben Funktionalitäten mit sich bringen. Ich habe mich in diesem Fall für ein reines Bundesliga-Team entschieden, weil ich denke, dass das auch die Liga ist, die vielleicht die meisten von euch interessieren und verfolgen und aber auch, weil man in der Bundesliga fast auf jeder Position sehr gute Spieler findet und diese modular immer weiterbauen kann. Das heißt, ich fange jetzt hier mit einem recht schwachen Team, sage ich mal an, was für einen Anfang immer noch ein Top-Team ist, aber ich kann es nach und nach weiter verstärken. Ich kann irgendwann Lewandowski für einen Sturm kaufen, ich kann mir bessere Innenverteidiger kaufen und so weiter. Diesen Luxus hat man in Hybrid-Teams in der Regel nicht. Wenn ich mir dieses Team mir mal beispielsweise anschaue, dann ist klar, dass Mariano den grünen Link zum rechten Mittelfeld braucht. Das bedeutet, ich kann auf der rechten Mittelfeldposition also nur einen Spieler von Real Madrid spielen und keinen anderen. Ich beschränke mich also selbst extrem in meiner Spielerauswahl. Dementsprechend empfehle ich, dass man besonders am Anfang darauf achte, dass man nur eine Nation oder eine Liga wählt, damit man das Team danach peu a peu aufbauen kann. Eine andere Möglichkeit ist jedoch, dass man sich verschiedene Kombinationen aus Spielern überlegt, die sehr gut zusammen funktionieren, wie in diesem Fall Ntep, Roussillon und Guilavogui, alles drei Franzosen vom VfL Wolfsburg und diese kann ich dann weiterhin in anderen Teams einsetzen, wie in diesem Fall jetzt hier. Dort sind sie auf der linken Seite des Teams nach wie vor mit voller Chemie vorhanden, ich kann aber den Rest des Teams einfach drum herum bauen, so wie es mir gefällt. Das soll es erstmal gewesen sein zu den generellen Teambuilding-Tipps. Jetzt schauen wir uns mal das erste Team an und zwar ist es dieses Bundesliga-Team, was ihr gerade auch schon kurz gesehen habt. Dort haben wir im Sturm Player von Borussia München-Gladbach. Er hat 4-Sterne-Skill-Moves, was ihn vorne sehr variabel macht, außerdem Pace, Shooting, Passen und Dribbeln, sowie auch die Physis, alles im grünen Bereich, es sind keine überragenden Werte, aber das kann man natürlich von einem 80 bewerteten Spieler auch nicht erwarten. Er ist außerdem ein Non-Rare, das heißt er ist wirklich sehr häufig in den Packs zu finden und somit sehr günstig, was natürlich optimal ist für ein Starter-Team, ansonsten 1,81m groß, er wird also auch kein Kopfballungeheuer sein, aber ich denke er ist da vorne schon eine solide Option, gerade weil er eben schnell genug ist und einen sehr soliden Abschluss hat. Machen wir weiter auf der linken Seite mit dem Franzosen einen Tab, ich hoffe man spricht ihn so aus. Er mit 85 Pace auf der linken Seite, wirklich flott unterwegs, hat auch ein gutes Dribbling und auch er hat eine wirklich solide Physis, glaubt man gar nicht unbedingt, weil er mit 1,80m ja auch relativ klein ist, aber er hat trotzdem einen starken Körper. Ich habe ihn wie in FIFA 18 am Anfang gespielt und war sehr, sehr überzeugt von ihm, hat mir wirklich sehr gut gefallen und ihn kann ich deswegen nur empfehlen, ich hoffe, dass er auch in FIFA 19 wieder rocken wird, gehe aber erstmal davon aus und er bildet vor allem einen Teil dieses Wolfsburg-Dreiecks da mit Gilavogui und Rossignan, die drei sind wirklich hervorragende Spieler, Gilavogui ist ein richtiger Abräumer, 81 Defensive und 80 Physis, genau das wünscht man sich von einem Sechser und Rossignan ist einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga, wird aber trotzdem nicht so teuer sein, weil er eben nur eine 78er Bewertung hat, 87 Pace, aber da ist es wirklich optimal für eine Außenverteidigerposition und deswegen finde ich dieses Wolfsburg-Dreieck da wirklich hervorragend. Auf der rechten Seite haben wir zwei sehr große Spieler mit, Wolf, der 1,88m groß ist und Klostermann, der sogar 1,89m groß ist, was wirklich riesig für einen Außenverteidiger ist. Also beide sind da wirklich viel zu groß eigentlich für ihre Position, sieht man selten solche Spieler, ich finde das aber genau richtig, denn Klostermann ist durch seine Größe fast wie ein dritter Innenverteidiger, kann also auch viele Kopfballduelle gewinnen und denselben Vorteil bringt auch Wolf mit sich, denn wenn es beispielsweise mal knapp wird, es sind nur noch wenige Minuten zu spielen, kann man schön mal auf einen Doppelsturm umstellen, Wolf vorne mit reinstellen und dann auch gut über Flanken oder Standardsituationen Gefahr erzeugen, in dem Wolf dann da auch per Kopf erfolgreich sein kann. Neben Gilavogi ist außerdem Klaassen auf der Doppel 6 zu finden und er gefällt mir eigentlich vom Spielertyp ganz gut, da er nicht so defensiv ausgerichtet ist wie Gilavogi und das mache ich eigentlich immer ganz gerne, dass wenn ich eine Doppel 6 habe, dass ich darunter einen Abräumer habe und einen, der eben offensiv und defensiv jeweils Qualitäten mitbringt, aber kein Spezialist beispielsweise für die Defensive oder aber auch für die Offensive ist, also hier das ist fast schon eher so ein Achter, der eben in beiden Bereichen gute Qualitäten mitbringt und auf der zentralen offensiven Mittelfeldspielerposition haben wir noch Sabica, er kommt mit 80 Shooting daher, darunter 86 Schusskraft und 81 auf Fernschüsse und das sind zwei sehr wichtige Werte in FIFA 19, denn so kann Sabica auch aus der zweiten Reihe mit einem Time Finishing beispielsweise für Torge versorgen, denn die Longshots sind in FIFA 19 auf jeden Fall wieder ein Faktor und deswegen ist Sabica da glaube ich eine sehr gute Wahl auf der zentralen offensiven Mittelfeldspielerposition in der Innenverteidigung haben wir Brooks und Upamecano, zwei wirklich Top Innenverteidiger, die aber trotzdem nicht teuer sein werden, denn die Bundesliga bietet in der Innenverteidigung einfach so viel Qualität in FIFA, dass man hier einfach so viele Auswahlmöglichkeiten hat, dass dadurch sich die Preise dann so ein bisschen stabilisieren und einfach gering bleiben, deswegen Brooks und Upamecano sind hier meine Wahl, da gibt es verschiedene andere, die ihr auch nehmen könntet, aber die beiden gefallen mir wirklich gut und was den Torwart angeht, habt ihr eigentlich auch freie Wahl, ich habe mich hier für Jiri Pavlenka entschieden, da ich Werder Bremen Fan bin. Das soll es gewesen sein zum Bundesliga-Team, nochmal erwähnt, der größte Vorteil an einem Ein-Ligen- oder Ein-Nation-Team ist, dass ihr es immer weiter erweitern könnt, ihr könnt auf jeder Position stärkere Spieler nach und nach einbauen und alle zwei, drei Spiele, wenn ihr genug Coins sammelt, euer Team verstärken und das ist, denke ich, optimal für den Start. Ich zeige euch hier jetzt aber noch ein paar Hybrid-Teams, die euch vielleicht auch gefallen können, daran könnt ihr euch nochmal so ein bisschen inspirieren lassen und verschiedene Spieler abchecken, die ihr vielleicht in euren Teams einbauen möchtet, das soll es aber schon mal von mir gewesen sein, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, Leute, ciao!